Hallo, ich bin heute in Augsburg. In Augsburg wurde heute der Schwäbische Integrationspreis verliehen. Es ist für mich sehr spannend gewesen und ich kann sagen, es zeigt sich, dass in Bayern sehr viel vielfältige Integrationsarbeit geleistet wird. Tolle Projekte waren dabei, viel ehrenamtliches Engagement, aber auch Unterstützung durch die Behörden, durch die Kommunen. Und wenn wir so weitermachen, dass wir von Freistaatseite hier weiterhin auch gute Unterstützung geben, dann bin ich auch sehr zuversichtlich, dass wir unsere ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger sehr gut integrieren werden in den nächsten Jahren.